Trimax einfach zu smart. Satter Hugo mit einer weiteren Folge Satter Hugo. Was läuft, was läuft, willkommen zum nächsten Video. Errate das Wort mit Trimax, Petuvin. Oh, das ist so einfach. Dein Lieblings. Wen hat er da? Oh, das ist so einfach. Hä? Wer ist das? Wer ist das hier? Wer ist das? Ist das hungriger Hugo? Ach, das ist Kevin. Oh mein Gott. Er hat einfach Kevin zensiert. Er hat einfach Kevin zensiert. Weil er nicht in die Compilations will. So einfach. Dein Lieblings-Spielsystem. Pay to win? Ja. Mir wird ganz schwindelig, Herr Oleke. Ich atme die Auspuffdämpfer ein. Noch einer weg. Das Schiff ist echt weit ein bisschen hier, ne? Also, das bewegt sich schon, Chris. Yeah! Jetzt heißt es schlafen und morgen den Rest vom Hotel abchecken. Acht Uhr morgens. Ich habe unheimlich gut geschlafen. Acht Uhr? Hä? Warum steht denn er mitten in der Nacht auf? Sascha? Verheiratet bloß? Natürlich nicht. It's been a long way. Wieso tust du im Stream immer so einen auf hart? Sagt der Gästin zu mir, manchmal denke ich dann daran, dass du minderjährig bist, wenn du ungeschminkt bist. Ach du Scheiße. Jens, Jens! Dann fühlt er sich ein bisschen unwohl. Also, ich würde nie wieder, wenn ich eine Frau kennenlehre, so das in der Öffentlichkeit machen. Bei der nächsten mache ich so nicht. Auf gar keinen Fall. Nein, also, wenn das der Fall wäre. Nein, danke. Ich mach's, ich mach's. Ja, mach's. Ja, das ist es. Du kriegst kein Omelette. Das ist meine Hilfe. Kleiner Sonderfall hier, ne? War noch nie ein Auto in dem Pool drin, ne? Oh. Jetzt zwei. Ach du Scheiße. Ich brauche eine Brille. Wie das jetzt hier liegen? Weiß ich nicht. Wir hatten elf Gamescom-Meetings im Discord und Kevin kam achtmal zu spät und dreimal gar nicht. Kommst du. Ich bin unter dem Wasser. So, guys, ich gebe Ihnen ein kurzer Tutorial für den ersten Kill auf C. Watch this, guys. Watch this. Easy upload. One tap. Drei, zwei, eins. So bin ich Platin 1 gekommen. Pass auf. Ist der Platin 1? Hä? Hä? Ah. Ah. Bro, ich war drauf. Ich war drauf. Ehrlich. Yeah. Er holt mich. Ja, ich hab holt. Ich hab holt. Ich hab zwei, drei. Wichtig, wichtig. Ciao, dicker. Trotzdem nice try, Mann. Danke, Mann. Saving. Ich fand unser Dreier-Date heute nice, Mann. Ja, der Dreier war echt schön. Okay, jeder Mann. Das ist ein Dreier-Date. Ich gönn's euch, Mann. Bauarbeiter übernehmen das Casino. Wir sind bereit. Los Santos. Here we go again. Ulu, der. Wer hat die Tür? Ich bin schmuck. Hallo. Gebäude sanieren, Straßen reparieren. WALT! Ich hab den Fänger geklemmt. Mitarbeiter schlagen. Hallo. Können Sie die Tür aufmachen? Hallo. Holst du Flexmaschinen? Holst du Flexmaschinen? Heute. Das ist nicht normal, Kevin. In keinem Club ist mir jemals sowas passiert, dass eine Frau gekommen ist, wo gesagt hat, hey, kannst du 300 Euro eine Flasche für mich holen? Ihr bist ja auch hässlich. Ja, warte mal, also das ist ja falsch, wenn die Frau ja tatsächlich 300 Euro von dir bekommen, also wenn du sie erstmal bezahlen musst, dass sie überhaupt zu dir kommt, Kevin, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass, ja, dann bist du ja der hässliche. 3-Max verzweifelt auf der Gamescom. Hilfe, 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 Hilfe kommt, du steigst nicht. Das wäre sehr geil. Wir sind zwölf Techniker, wieso kommt keiner und hilft mir? Mein Headset geht nicht. Mein Headset funktioniert nicht. Gar nicht mehr. Nein, das hat vorhin noch funktioniert in der Form und jetzt geht das nicht mehr. So, Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sollte kein Recht haben, stopp. Solltest du die, äh, FAP oder Chef. Hey, 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 hey. Hey. So, ah, okay, so ein Punkt, ehrlich. 400 Euro, sonst gehe ich nicht aus dem Haus. Erlen, ja, das ist das neue Problem. Marjan, Trimax und Reef, alles klar. Matron, ich habe schon was einstudiert. Ich habe schon was einstudiert. Einstudiert. Ja, das ist es. Alter, der Golem. Ihr glaubt, das war schon alles. Ja. Der Trick ist einfach nur in Zellen. Junge, dieser Golem. Ein kleines Flachman beseitig. Hey, vielleicht ist mein Tor auch drin. Ist das so smart? Ich sehe kein einziges Fahrzeug jetzt. Das ist... How could this happen to me? I've made my mistake. Sie können ihn nicht ernst meilen. Ich schluss könnten. Ich schluck nur auf, dass ich da bin. Du hast nur auf, dass ich da bin. Du hast nur auf, dass ich die Runde bin. Aaaaaaah. Ohohoho. Ich würde Ihnen noch meine Nummer geben, dass wenn Sie fertig sind, rufen Sie mich wieder an. Okay. Haben Sie Ihr Handy gerade? Äh, ja. Wo ist mein Handy? Sie, NF9-Muskel betätigen. Ah ja, okay. Ah, Mist. Können Sie mich noch hören? Äh, jedes Mal, wenn ich mein Handy raushole, kann man mich nicht mehr hören. Wissen Sie, wie Sie Ihre Nummer abspeichern oder wie Sie die Nummer abspeichern? Ne, Sie können mir die am besten einfach sagen, Step-for-Step. Sie haben ja auf Ihrem Handy einen App-Draw, diese sechs Punkte. Ja, da gehe ich drauf. Dann haben Sie ganz rechts Kontakte, neuen Kontakt. Oben können Sie dann den Namen eingeben. Unten können Sie dann die Nummer eingeben. Oben geben Sie dann einfach einen, können mich gerne mit Vornamen einspeichern, Markus Adams. Und dann gebe ich Ihnen einmal meine Nummer durch. 0, 1, 7, 2, 6, 9, 3 mal die 5. Ähm, noch einmal. Ne, wie kann man so schlecht in RP sein, wo man nichts für können muss? Die Nummer bitte gleich. Ist das eine Sekunde? Ne, egal. 0, 1, 7, 6, 8, 5, 5, 5. Ähm, ich habe mein Handy, ist schwierig. Nicht so entspannend. Wenn man ein bisschen mehlige Hände hat, könnte man Hände waschen gehen, aber ich war jetzt schon heute viermal Hände waschen. Was sind denn mehlige Hände? Wenn man nicht in der Bäckerei arbeitet, wo soll man denn mehlige Hände herkommen? Was für eine dumme Scheiße ist das denn? Dann schmierst du das in die Hose und dein Shirt ist scheiße. Die Flecken. Und weil ich immer mit kurzen Hosen rumlaufe, schmiere ich mir das einfach immer irgendwie so an die Beine. Und dann... Kennst du Handtuch, Bruder? Dann hast du for real einfach saubere Hände wieder. Und... F*** drauf an den Waden. BTF, das sind keine Flecken, das ist gar... Kennst du Handtuch? Gar nichts. Du riechst ein bisschen nach Pizza an den Waden? Aber wer riecht dir an den Waden? Wo sind die anderen zwei Kollegen jetzt hin? Ich hoffe halt einfach nur, dass ihr halt, ne? Ja, ja. Schön. Einfach nur schön. Marc hat einfach schon überwiesen. Ähm... Naja, so ist es. So ist es.